Liebe Studierende, liebe Mitarbeiter, liebe Professoren, wir feiern Geburtstag, 25 Jahre World Wide Web und wir nennen diesen Geburtstag 2039. 2014 wurde das World Wide Web 25 Jahre alt und wir nehmen diesen Geburtstag zum Anlass, uns zu überlegen, miteinander zu arbeiten. Wir wollen die Zeit anhalten und wollen in der Projektwoche mit dem Namen 2039 daran arbeiten, wie sieht denn die Zukunft, wie sieht unser Leben 2039 aus, wie sieht denn die Arbeit aus, die wir dann tätigen, wie werden wir miteinander kommunizieren, wie werden wir uns von A nach B bewegen. Diese sind Themen, die wir aus Anlass des 25 Jahren World Wide Web in einer Projektwoche miteinander bearbeiten. Ich nenne dies Zeit anhalten. Die Zeit sich nehmen, für eine Woche lang die Zeit sich nehmen, um miteinander zu arbeiten, um miteinander zu denken, zu kreieren, Ergebnisse zu kreieren, die wir dann über eine Plattform, über eine Internetplattform am World Wide Web kommunizieren werden. Analysieren, analysieren, kreieren, kommunizieren. Eine Projektwoche, in der wir aus dem Alltag heraustreten und etwas Besonderes tun, die Zeit sich nehmen und zu überlegen, zu denken, zu visionieren, wie die Welt 2039 aussehen wird. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam lernen, verstehen, begreifen, wie die Welt 2039 aussehen wird und dieses dann kommunizieren. Sie sind alle recht herzlich dazu eingeladen.